und damit begrüßen wir euch ganz herzlich zurück zu einer neuen folge wir sind wieder voll im arsch und freuen uns darauf wieder durch den dunkeln walze laufen ja und das ist einmal das schützen und der der kubus der jetzt laufen darf ja ich habe da gar keine lust so war ich weiß genau die voll geschütterte buchse doch gewechselt ja dass wir wieder voll auf die mucke nein ich habe ich mir auf ok ja wieder das noch gleich haben wir ausreichend da hinten kommt wir brauchen dahinter diesen merkwürdigen holz gehen sie sind ganz klar sie sind Flüchtling Künstler und 3 und da kommt ein paar die Kronen noch dahinten kommt noch einer also wenn das so weitergeht man da nicht im Monat sicher das ist wie so ein fettig alter habe ich dich voll in die jagdgründe geschickt leicht aggressiv heute herren muss das ist die gehen mir voll auf den sack wir machen hier gar nichts und die greifen das nervt und dann immer so viele die ja das das finde ich auch bescheiden das hätten sie auch mal anders so leicht übertrieben ein wenig ja okay wo sind wir denn jetzt keine ahnung aber schlecht aus so hier ist ja diese berge müssen wir sind ja wir müssen da war noch was auf der wand links da das war nur ein paar punkte hier gibt es bestimmt wieder irgendwas schönes ja da da gibt es das so mal wie ziemlich verkohlen hier so bahnhof abfahrt und black granate und der ganze und noch eine noch eine okay das war's da sind schon wieder welche guck mal wie viele von links kommen auf hier fällig doch nicht für den das hast du nur noch vier das hast du nur noch vier vorher hatten wir gar keine ja das ist doch da lässt mein herz sich wieder alter arschkopf jetzt gehen wir nach oben und holen die thermos flasche ich bin ich so fick ich werde ich dann wenn ich das sehe ja thermos kann geil was das beste ist wir kämpfen hier echt ums blanke überleben und die stellen uns eine thermos kann in den busstuhl schätze allein das sind flaschen thermos flaschen jetzt nicht mal nicht machen achtung thermos flasche ja ist der gleiche ja das hätten sie besser machen können also er läuft schon ziemlich also er läuft gut aber schwingt wie ein behinder also jetzt bitte keine diskriminierung hier nein nein das kontrollpunkt so wir können diese folge an dieser stelle wir machen weiter wir werden wacker kämpfen bis zum letzten schuss ganz limit erreicht schrotflinte nehmen aber das geht schrotflinte schrotflinte batterie wir können keine batterien mitnehmen okay ach wir haben wieder 20 ich hatte keinen wirklich und ich würde den führer die manuskriptzeiten geben die ich für alles hat wenn das nicht genügte würde ich ihn mit der waffe zum reden bringen pump kann ja nämlich nämlich alter 20 schuss wechseln ja geil oder nicht habe ich jetzt kann man denn die gleiche muni dafür benutzen heißt mehr wir können nicht weitergehens licht geht aus ja ja ist dieselbe munition ich meine das licht mit dem hallo was wollte denn das ja der hält der hält nun so und so lange ach echt ja das ist alles wieder müssen wir jetzt in diese richtung ja warum müssen wir überall die scheinwerfer anmachen gefällt mir das da nein ja kommt doch kommt 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 die eier ab geile kiste du mach ich dann da kommen noch welche oder wir sind noch nicht am ende gut kubus ist am ende ich bin total am ende aber ich will da jetzt nicht mehr verraten das hat ja nur gedacht da war ja noch mehr los ich weiß doch gar nicht wo hier ist ein weg und da ist noch ein ding der monster scheinwerfer da oben sehe ich den nächsten scheinwerfer ja ich versuche mein bestes wir sind jetzt nicht gelaufen die spacken die sich gerade selbst zerledert sechs alter schwede spacko wo hast du deine blendgranatenschätze ein jetzt ist schluss mein freund jetzt ist sowas von schluss ja 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 nein ich brauche Pender Tomas b ihr müsstet man sehen wie der kubus hier auf seinem Stolz müssen wir alles neu machen annehmen kleinzern wie münchen von hinter mir das ist scheiße das so was ist scheiße ein extra ich krieg die ich habe eine ich würde den entführer die man die ich veränderte wenn das nicht genügte würde ich ihn mit der waffe zum reden ja da sind wir vorhin auch hergegangen du eierkopf aber sind wir dann hinterher wieder zurück das Problem das Problem nicht erledigt muss sein ja irgendwie das Haus das Haus wir gehen wir sollten da nicht reingehen im Umbrunzen wir müssen ja zurückgebracht guck mal das problem ist jedes mal wenn du so eine leuchtfackel da ablegst dann verteilen die sich so schön und wenn die dann aus ist kommen die alle wieder dann machen wir das so blenden kann hatte die auch ein und unter dir in den thermosflasche ich wusste meine thermosflasche und leute aber wir haben noch die leute holen nuni hier ist doch unsere länder und die kämpfe bestimmt auch toll damit abballern probier mal aus auch das war und ich bin blind das war aber jetzt nicht die leuchtpistolen muni schätze können nicht recht nehmen kaputt nicht weiter rechts das ist nicht mehr gut ein konzert da links ist der Schreiber das ist die Stelle wo wir abgekackt sind weil sie hier alle kommen jetzt bei uns schießen wir da mitten rein Hau doch eine Blendgranate ok warte aber das haben sie nicht alle zerledert aber jetzt da hat so Spaß ja verdammtes Volk links wo müssen wir hin hier rein ne weiß ich nicht ich hab keine Ahnung also ich hab den anderen Scheinwerfer da hinten gesehen Oh jetzt Licht zum Aufladen Kontrollpunkt wir saugen das Licht auf ok ok nachladen und los geht's das Dunkel bewegte sich dort vorne in dieselbe Richtung die es gefällt hat ein kaltes Gefühl machte sich in meinem Bauch breit war es hinterher ja hier sind überall Kreuze ja wir sind am Friedhof glaube ich irgendwie die aus die Nachtschicht kann Krebs verursachen tatsächlich ich glaube du hast Gehirnkrebs was alter der ist aber schnell hat die Molle gewesen hinter dir ja ok so gut zum Thema ok jetzt 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 alter Schwede da rechts hoch kann das sein wo die gekommen sind wir nehmen wieder Leuchtfackeln wir haben nicht mehr viel wo die weggekommen sind weißt du ja da sind sie weggekommen wo müssen wir denn hin da links ist eine Hütte an der bist du gerade vorbei vielleicht ist da ja was drin ja ein Kontrollpunkt ist ja warum läufst du drum rum ich finde das geil mal oh hier du hast auch einen Knall ehrlich oh da kann man nicht drin anmachen ich komme boah wie geil ist das denn da vorne ist die Tür wo da links 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 ja jetzt ja gut immerhin ja aber wieder 20 Stück ok wir gucken mal wo müssen wir hin wir haben glaube ich die Arschkarte heute ja wir müssen irgendwie hier runter hast du eigentlich eine Ahnung woher der Begriff kommt Arschkarte nee aus dem Fußball echt der Ort war ausgestorben eine Geisterstadt vielleicht seit Jahrzehnten oder einem Jahrhundert ups ja oh was mach ich da wird es dieses Autofahrt habe ich recht das finde ich jetzt nicht mehr witzig jetzt mal ganz ernsthaft die Manuskriptseiten liegen doch überall darum der Iopei der kann doch die selber einsammeln oder nicht ne das ist ja zu dösig für glaube ich das ist mal gucken wo müssen wir hin wir müssen jetzt hier irgendwie da durch die Geisterstadt ja da hinten habe ich noch was leuchten gesehen wow wow Kontrollpunkt ja und wie es weiter geht mit der Geisterstadt und ob wir danach wieder die Windeln voll haben das seht ihr dann in der nächsten Folge wenn es wieder heißt Alan Wake genau bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss